Kali Meere wieder einmal. Ja, vieles passiert rund um die Welt und auch im näheren Umfeld, beziehungsweise auch in unserer Umwelt. Ja, es wird nicht langweilig. Ich war sehr beschäftigt die letzten Tage auch mit Krankenbesuch und anderen Dingen. Nebenbei hatten wir drei Tage auch hier, hat ziemliche Unwetter, hielten sich aber in Grenzen und die Natur freut sich, alles wird wieder grün und wie man hier sieht, scheint die Sonne auch bald wieder. Ja, insofern nichts Neues im Osten, im sehr nahen Osten oder keine Ahnung, aus Mittelerde. Ja, in irgendeinem Festival war da jetzt zum kurzen Distant Ground, denke ich, die hat man immer wieder gehört. Aber sonst, alles ruhig, alles ruhig. Gebe ich noch einen Blick in die Sonne. Wo ist sie? Ich finde sie nicht, aber sie ist da. Ich spüre sie im Rücken im Lacken. Egal. Aufs Meer hinaus in jedem Fall. Und insofern noch einen schönen Tag. Schöne Restwoche. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie.